Nach dem Parcours-Ausfall habe ich hier ein Paket. Ich habe mich schon verletzt, es macht aber nichts, es ist kein Liebensmittel oder sowas drin. So, zum Sauermachen, nachdem ich auf dem Balkon mit Holz gearbeitet habe. Wir haben momentan verletzt Parkettboden und so kriegt man den Balkon. So, das ist alles entscheidend. Das ist das Gebläse. Drei Stufen. Soll ich jetzt gleich mal aus. Soll ich den Balkon anziehen? Soll ich den Balkon anziehen? Das ist ein Drehstrommotor drin, das heißt, das wird zu schnell nicht kaputt gehen. So, was haben wir hier? Erster Aufsatz. Zweiter Aufsatz. Soll ich das durch die Bühne verletzen. Soll ich das in die Beinung? Das gehört so. Jetzt kann man das einfach drehen. dass wir da oben funktioniert. Wenn ich mir gerade an der Bedienungsanleitung verwendet habe, Wunderbar. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden.